Das intelligente Schließsystem Blue Compact von Winkhaus kann nun noch mehr. Bisher konnten Sie mühelos mit der App jedem Schlüssel Ihrer Schließanlage individuelle Zutrittsberechtigungen vergeben. So konnten Sie zum Beispiel die Schlüssel Ihrer Schulkinder auf Garage und Haustür beschränken, während Sie im gesamten Haus Zutritt haben. Doch mit der neuen App-Version sind Sie nun in der Lage, Zutrittsberechtigungen mit genau festgelegten Zeitfenstern zu belegen. So ist es möglich, Haushaltshilfen beispielsweise den Zutritt nur vormittags zwischen 9 und 12 Uhr zu gewähren. Sie können für jeden Wochentag ein eigenes Zeitfenster festlegen. Und das sogar individuell für jeden Schlüssel und an jedem Zylinder. Ganz egal, ob Eigenheim, Vereinshaus, Praxis oder Kanzlei. Die neuen Möglichkeiten von Blue Compact von Winkhaus sind bei maximal 99 Schlüsseln und 25 Schließzylindern nahezu unbegrenzt. Und sollten Sie bereits im Besitz einer Blue Compact Schließanlage sein, so kommen Sie natürlich auch in den Genuss der neuen Features.